hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier oft im kanal schön dass ihr dabei seite und im heutigen video probieren wir mal etwas neues aus auf geht's so und eins ist wichtig denn ihr wisst ja egal wie klein das fahrrad ist safety first helm auf dann kann es losgehen ja was ist heute überhaupt genau geplant geplant ist die vier seentour und zwar fangen wir an den zanten mit der zanten nach süd und nordsee dann haben wir in bochol den arsee da werden wir auch wahrscheinlich eine kleine mittagspause machen und zuletzt wird es dann in wesel der auesee sein den wir einmal umkreisen werden und ja mal schauen was uns auf dem weg so alles begegnen wird ein paar schöne aufnahmen machen können ich wünsche euch viel spaß auf geht's ja ja Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, Zantener Südsee haben wir einmal im Kreis. Jetzt geht es weiter mit der Zantener Nordsee. Und die ist nicht ganz so interessant, weil hier ist wenig Freizeitmöglichkeit. Aber gut, gehört so stark an den Zug. Nehmen wir mit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, das war's. Zantener Nord- und Südsee umrundet. Weiter geht's nach Bocholt. Untertitelung. BR 2018 So, Ankunft am Asee in Bocholt. Auf geht's. Drei Kilometer Runde und dann gibt's Mittagessen. Ich freue mich. Untertitelung. BR 2018 Also, steckte miriam beinie. Ja, ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf geht's, letzte Tour hier am Auersee in Wesel Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Leute, das war's für heute, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und für die, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann wird es jetzt höchste Zeit und ich freue mich aufs nächste Video, bis dann!